Grüß Gott, liebe Zuschauer, ich grüße Sie. Heute das Thema Einwanderung. Vorab vielen Dank für die netten Kommentare. Das hat mich sehr gefreut. Gerne dürfen Sie das wiederholen. Momentan ist ja mal wieder Lampedusa das Thema. Lampedusa, das ist eine kleine Insel, die gehört zu Italien. 600 Einwohner leben dort. Die Insel ist 205 Kilometer südlich von Sizilien und nur 138 Kilometer von Tunesien in Afrika entfernt. Für ein Paddelboot sind 138 Kilometer natürlich sehr weit. Aber am 12. September, also kürzlich, kamen an einem einzigen Tag über 5000 Migranten aus Afrika nach Lampedusa. Man hat den Notstand ausgerufen. Natürlich ist das Ganze total absurd. Normalerweise müsste man die Menschen nach einem Visum fragen. Natürlich tut man das nicht. Natürlich haben diese Leute auch gar kein Visum. Und dann müsste man konsequenterweise sofort wieder alle zurückbringen nach Tunesien. Wenn man das zwei oder dreimal macht, dann würde niemand mehr über diesen Weg kommen. Niemand würde auch in Seenot geraten. Niemand würde ertrinken und es gäbe auch keinen Notstand. Es ist ganz einfach. Warum wird das nicht so gemacht? Ist die Meloni-Regierung in Italien denn völlig plemplem? Ja, das ist natürlich höchst erstaunlich, zumal man doch immer gewarnt hat vor dieser rechten Regierung. Und jetzt machen die bei diesem Spiel mit, weil Italien ist angewiesen auf Geld aus der EU. Und die EU verbietet ein vernünftiges Vorgehen. In diesem Fall so einfach ist das. Laut EU-Reglement muss jeder, der einen Fuß auf den Boden der EU setzt, automatisch als Flüchtling gelten. Das ist natürlich ein Hohn. Es sind natürlich keine Flüchtlinge, die da auf Lampedusa ankommen, sondern es sind Eindringlinge. Also das exakte Gegenteil. Das ist irgendwie alles Teil des Orwellschen Neusprechs. Es werden Begriffe verwendet und für das Gegenteil benutzt. Wenn die Eindringlinge dann kommen, dann muss der Staat einen Asylantrag prüfen. Und der Eindringling hat dann alle Rechtsmittel. Und diese Prüfung des Asylantrags ist auch völlig egal, wie das ausgeht, weil am Ende dürfen sowieso alle bleiben. Und der Staat muss bis in alle Ewigkeit eine Vollversorgung dieser Menschen bezahlen. Und der Staat hat natürlich kein Geld, sondern bezahlen müssen sie, der Steuerzahler. Jetzt ist im aktuellen Fall die EU-Kommissarin Ursula von der Leyen nach Lampedusa gereist. Und Melona wollte ihr das Elend zeigen. Von der Leyen soll sich den Notstand anschauen. Aber natürlich interessiert es diese Frau nicht die Bohne. Die Machteliten hat ganz andere Interessen. Ich komme noch darauf zurück. Wie kommen denn diese Migranten übers Meer? Die 138 Kilometer, das ist die Frage. Schlauchboot ist zu weit. Wir machen eine kleine Rechnung. Nehmen wir mal an, ein Boot bewegt sich mit fünf Knoten. Das sind neun Kilometer pro Stunde. Das ist das Tempo eines gemütlichen Joggers. Ja, mit einem Motorboot kann man eine solche Geschwindigkeit erreichen. Und dann würde es etwa 15 Stunden dauern. Das ist durchaus machbar, aber natürlich sehr gefährlich, weil man weiß nicht, wie der Seegang ist. Also navigieren müssen die Leute dann auch noch richtig. Also es ist alles nicht so ganz ohne. Tatsächlich ist es aber ganz anders. Es tummeln sich zahlreiche Schiffe von sogenannten NGOs dort. Mindestens zehn dieser Schiffe stammen alleine aus Deutschland. Die Aktionen von diesen Schiffen werden alle vom deutschen Staat bezahlt. über sogenannte Projektförderung direkt oder indirekt in dem Kirchenprojektgelder bekommen und diese dann die NGOs beauftragen. Am Ende zahlen natürlich wieder sie alles. Und die Schiffe sammeln Migranten an der Küste auf, bringen sie bis kurz vor Lampedusa, setzen die Migranten dann in viele kleine Boote, um die Küstenwache zu überfordern und auch auszutricksen. Das ist hochkriminelle Menschenschleuserei. Die Beteiligten müssten eigentlich zu hohen Haftstrafen verurteilt werden, werden sie aber nicht. Der finanzielle Schaden ist enorm. Die ganze EU wird auf Dauer ruiniert. Es ist schon acht Jahre her, als ich dieses Büchlein hier geschrieben habe im Lichtschlag Verlag. Völkerwanderung nach Deutschland über die größte deutsche Krise nach dem Zweiten Weltkrieg. Als E-Book können Sie das relativ günstig bekommen. Oder auch nicht. Ich dachte, das wäre nur ein aktuelles Buch von 2015 und danach würde es keinen mehr interessieren. Aber es ist doch immer noch alles aktuell, was da so drin steht. Das illegale Treiben wird gefördert statt verhindert. Wahnsinn. Dahinter steckt natürlich System. Unsere Volkswirtschaft soll ruiniert werden. Meine persönliche Verschwörungshypothese. Man will einen Großteil der Bevölkerung vom Staat abhängig machen. Man will die Bevölkerung verarmen, um nachher staatliches Geld zu erzwingen. Auch wenn das Geld da nichts mehr wert ist. Auch wenn die Bürger kein Vertrauen mehr in das Geld haben. Oder wenn digitales Zentralbankgeld eingeführt werden soll, das eigentlich auch kein Mensch haben will. Wenn man alle Bürger abhängig gemacht hat oder einen Großteil vom Staat. Und die staatlichen Gelder eben in diesem wertlosen Geld fließen. Dann funktioniert eben das Ganze. Und das ist meiner Meinung nach auch der Zweck von dem ganzen Desaster, was wir überhaupt haben. Ob das Migration oder die unsinnige Klimapolitik betrifft. Es ist alles derselbe Zweck, der dahinter steckt. Außerdem will man die Nationen zerstören, weil man will eine Herrschaft ohne Gegenwehr. Und wenn es keine mündigen, selbstbewussten Bürger mehr gibt, dann kann man auch schalten und walten, wie man möchte als Herrscher. Und es gibt keine Gegenwehr. Und auch die erhöhte Kriminalität, die wir uns einhandeln durch die Masseneinwanderung oder auch Terroranschläge. Das ist alles gewollt, um dann zu begründen, dass man Grundrechte beschneiden muss, dass man einen harten Polizeistaat errichten kann. Es ist auch völlig verrückt wirtschaftlich. Der Einwanderer kommt hierher. Vielleicht aus guten Gründen. Also die Motive der Einwanderer kann man natürlich verstehen. Man würde es ja genauso machen an deren Stelle. Der Einwanderer kann aber hier sich anmelden als Asylbewerber oder nachher auch abgelehnt sein. Er ist dann irgendwie gemeldet, bekommt dann jeden Monat 1000 Euro, sagen wir mal, vom Staat. Und er hat den Antrag gestellt, dass er geflüchtet ist aus seinem Land. Und er kann aber Urlaub machen in seinem Heimatland, aus dem er angeblich geflüchtet ist. Was für eine Heuchelei das Ganze. Und das ist alles geduldet. Er kann auch danach wiederkommen. Er hat eine ewige Aufenthaltsberechtigung. Das beeinflusst das Verfahren auch überhaupt gar nicht. Er braucht noch nicht mal in Deutschland zu wohnen. Er braucht nur eine Briefkastenadresse und ein Bankkonto und kann dann sein Leben wieder in seinem Heimatland verbringen. Kassiert dann eben nur monatlich das Geld. Manche werfen auch ihren Pass weg und melden sich dann in verschiedenen Städten unter verschiedenen Namen und bekommen dann mehrfach die Sozialhilfe. Auch das ist möglich und wird vielfach so praktiziert. Es ist einfach irre. Zeigen Sie bitte dieser Politik die rote Karte. Vielen Dank. Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe Schnupper oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.